Hallo Leute und Willkommen auf Atheismus TV. Wie viele wirklich schlechte, sachlich falsche und echt idiotische Aussagen schafft so ein Apologet, ein Islam-Apologet. Naja, mir ist gesagt worden, dass es einen Islam-Apologeten gibt, der ein Video gemacht hat über Atheisten, also Nicht-Theisten, also diejenigen, die nicht glauben, dass Götter existieren. Und hat mich gebeten, das nochmal anzugucken. Und ich will ja nicht als überheblich gelten und herablassend oder, aber was soll ich denn, was soll ich hier machen? Was kann ich denn hier noch schön reden oder gelten lassen? Ich meine, falls wirklich jemand etwas Sinnvolles in diesem Beitrag von diesem Al-Hanafi findet, der kann mir das ja sagen. Also ich selber habe hier nichts gefunden. Auf dem Kanal hier im Auftrag des Islam, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ich zitiere hier, Wir als im Auftrag des Islam sind eine Medien- und Bildungsplattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch Videos, Vorträgen, Interviews und ähnlichen Veröffentlichungen ausschließlich zur Aufklärung und Verkündung in islamischen Angelegenheiten beizutragen. Hierbei gehen wir auf Themen wie Theologie, Geschichte, Kultur, Wissenschaft, Politik sowie aktuelle und globale Probleme ein. Aber entschuldige, wenn ich sowas frage, ist dieser Atheismus, also die frenetische Ausübung des Nichtglaubens an Götter und Göttinnen eine islamische Angelegenheit? Nee, natürlich nicht. Ich als Nicht-Tee-Ist glaube nicht, was ein Tee-Ist glaubt. Und das war es dann aber auch schon. Das ist doch keine islamische Angelegenheit. Okay, also ich nehme mir jetzt dieses Videoprachstück mal ein bisschen an, damit das sonst keiner tun muss, weil da gehen wirklich sehr viele, naja, Gehirnzellen kaputt, wenn man sich das so ansieht. Das ist eine Stunde 42, prall gefüllt mit Antworten auf Fragen, die Atheisten nicht stellen. Es geht los mit Effekten, überfrachteten Intra, gefolgt von, also das ist echt ein extra ausgiebiges Gemurmel, also dieser altertümliche Aberglaube, dass da ein göttliches Wesen hockt, was sich das noch gespannt anhört, schätze ich mal. Und dann geht es sofort mit sowas los. Über die Atheisten reden, beziehungsweise über die Evolutionisten, das ist ja so ein Arm des Atheismus, und auch über die darwinistische Religion, die Religion, die von Charles Darwin gegründet wurde. Also, Evolutionisten, eine Form der Atheisten, ein Arm der Atheisten, und dann die darwinistische Religion. Muss ich da weitermachen? Lohnt sich das hier überhaupt? Was sollen Menschen mit zwei Gehirnzellen machen, wenn diese auch noch simultan arbeiten können? Kinders, warum soll ich mir sowas angucken? Ich kann mich doch nur darüber lustig machen. Ich kann das doch, ich kann da nur mokieren. Was anderes kann ich doch hier gar nicht machen. Es ist doch nur beschämend und einfach nur peinlich. Aber keiner der Zuhörer steht auf und protestiert. Oh wow, na gut, ich gehe trotzdem ein bisschen drauf ein. Also, mir ist die Evolutionstheorie übrigens, die eher als Schwachsinn tituliert und als Fundament der westlichen Kultur, die ist mir völlig schnuppe und hat keinerlei Auswirkungen auf meinen nicht vorhandenen Götterglauben. Also nochmal, es gibt nichts Wissenschaftliches, was mich davon abhält, an Götter zu glauben. Nichts, also es ist alles Blödsinn, wenn hier jemand sagt, ja Evolution und blablabla und deswegen bist du A, T ist. Nein, stimmt nicht. Und etwas nicht zu glauben, das hat doch keine Ableger oder Zweigstellen. Es ist lediglich das Ergebnis einer Überlegung, einer kritischen Begutachtung von Behauptungen. Mehr nicht. Nichts und Biologie ist keine Religion, weil keine der Merkmale einer Religion vorhanden sind. Nur es ist wahnsinnig komisch für mich, dass gerade Muslime, also Muslimapologiten, dass die immer darauf aus sind und sagen, ja, die Wissenschaft, die sagt ja das. Also ist die Wissenschaft richtig und sagt die Wahrheit und alles ist perfekt. Und dann sagen sie, ja, aber Wissenschaft ändert sich dauernd, also kannst du die Wissenschaft nicht nehmen. Und Wissenschaft kann ja gar nichts, sondern Religion und Islam ist das Einzige. Das heißt also, je nachdem, wie sie es gerade brauchen. Das ist doch nicht ehrlich. Also es ist doch keine, also ein Nichtglaube ist keine Weltanschauung und hat auch keine Götter zum Vorbild und Biologie schon gar nicht. Also ist hier alles verkehrt. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich dieses Menschenwesen betiteln soll. Also so Begriffe, die dann so reinkommen, so Schwachkopf, Idiot, Dummkopf, Oberdepp, Trottel, Döspaddel, Blödmann oder Armloch. Das darf ich ja alles nicht sagen. Was geht denn dann? Was ist denn mit Wissensallergiker oder einfach nur ein bemitleidenswerter, ungebildeter Mitmensch? Wie, bitteschön, kann ein Mensch, der lesen kann und im 21. Jahrhundert in Europa lebt, so einen Blödsinn von sich geben? Es ist ja nur Blödsinn, nichts anderes. Er bezeichnet Professor Dorkins als Schwachkopf. Na, wenn man es nicht glaubt, bei 3644. Und nicht Theisten, so wie mich, als Kuffar. Also die, die Wahrheit bedecken, die alles leugnen, was richtig ist. Und er beschwört in seiner Verzweiflung sogar die Dreieinigkeit. Und das ist gerade so ein Punkt, wo wirklich alle drei Weltreligionen Hand in Hand gegen diese Leute vorgehen. Und die drei gehen gegen Atheisten vor? Nein, nur der Islam ruft zur Gewalttätigkeit gegen Ungläubige in unserer heutigen Zeit noch auf. Und bedroht dann alle die, die ungläubig sind. Und Atheisten stellen doch keine Behauptungen auf. Also kann das auch kein intellektuelles Vorgehen sein, sondern es muss physisch sein. Leider. Bringen wir wissenschaftliche Argumente, die ganz klar sagen, dass hier nichts aus Zufall entstand. Oh Mann, er lässt aber auch kein Fettnäpfchen und keine Falschdarstellung aus. Kein normal gebildeter Mensch heute sagt etwas von Zufall, wenn es um unser Universum geht. Na gut, wenn ihr auch wissenschaftlich eben diskutieren wollt, dann können wir das doch gerne machen. Da haben wir Muslime natürlich keine Hemmung von. Nee, Muslime sind extrem wissenschaftsfeindlich, weshalb auch mit einer einzigen Ausnahme kein Muslim je etwas Bedeutendes erfunden oder entdeckt hat. Die RIC-Staaten bringen heute gerade einmal circa zwei oder fünf Prozent oder was immer des wissenschaftlichen Outputs hervor. Alles, was nicht korankonform ist, wird einfach abgelehnt. Stattdessen glauben Muslime, dass eine Leiche durch Schläge mit einem Steak wiederbelebt werden kann. Weil es so im Koran steht. Das Einzige, was hier stundenlang immer wieder vorgebracht wird, ist falsch verstandenes Zeug über die Evolutionstheorie, bei der unser Typ hier in keinster Weise durchblickt und sich trotzdem erdreistet, in einem öffentlichen Video darüber zu referieren. Und jeder halbwegs gebildete Mensch wird ihn verspotten. Muslime, die so verzweifelt nach Bestätigung für ihren rückständigen Glauben lechzen, werden ihn anhämmeln. Er sagt ja, was sie hören wollen. Egal, ob das, was er sagt, stimmt oder nicht. Also die Evolution, die hat besagt, aus einem Pferd kann ein Vogel werden. Okay, also ich werde nicht jeden Satz hier reinsetzen, der bescheuert ist, denn das ist dann fast alles, was hier gesagt wird. Es ist wirklich so schlimm. Wir werden zeigen, dass selbst das kleinste Leben diese darwinistische Religion zunichte bringt und somit auch den atheistischen Glauben. Also ein Nicht-Theist ist ein Mensch, der nicht das glaubt, was ein Theist glaubt, nämlich, dass Götter existieren und sonst nichts. Aber, und das ist wichtig, als Mensch ist man aber auch Astronautin oder Postbote. Jeder Mensch hat eine eigene Meinung zu den verschiedensten Dingen, weshalb man auch, weiß ich nicht, Humanist, Biologe oder Pianistin sein kann. Das hat mit Götterglauben aber nichts zu tun. Eine Frau kann Ärztin und Demokratin sein und gleichzeitig sowohl Humanistin als auch Sängerin in einem Chor. Das hat aber nichts mit ihrem vorhandenen oder nicht vorhandenen Götterglauben zu tun. Das aber kapiert irgendwie dieser Islam-Apologet hier nicht. Und dazu kommt dann noch die Ignoranz und der Tandling-Krüger-Effekt, der dann sowas zustande bringt. Unser Planet, nämlich Erde, dreht sich tausend Mal pro Stunde. Das sind jetzt die unveränderlichen mathematischen Rechnungen, wo er erkannt hat, dass er existiert. Tausend Mal pro Stunde. Damit ist zum Beispiel unser Tag geregelt. In 24 Stunden geregelt. Nicht mehr, nicht 25, 26 Stunden. 24 Stunden geregelt. Er versteht nicht, dass Menschen Zeiteinteilungen erfunden haben und dass unser Planet ziemlich wirr durchs Universum torkelt. Trotz seiner Wissenslücken haben wir, normale Menschen, wir normale Menschen, wir haben Fakten, die besagen, dass die Erde jedes Jahr um ca. 5 Meter von der Umlaufbahn um die Sonne abweicht. Ein Gott sollte es aber doch genau machen können, oder? Aber was, wenn ich jetzt eine falsche Information geliefert habe und es viel mehr Abweichungen gibt? Sind es denn vielleicht 500 Meter oder sogar 5 Kilometer oder vielleicht 50.000 Kilometer Abweichungen jedes Jahr? Nein, es sind 5 Millionen Kilometer Abweichungen jedes Jahr, die die Erde abweicht von ihrem Orbit um die Sonne. Wenn das ein Gott verbrochen hat, warum betet man diesen an? Das ist doch schiere Inkompetenz, die dann auch zur Folge hat, dass Menschen nicht nur in Handarbeit hergestellt werden, sondern getestet werden müssen, wie bei einem mittelmäßig talentierten Programmierer, der auch alles erst testen muss. Wäre der Mond 50.000 Meilen weniger zur Erde als ursprünglich, dann würde das ausreichen, dass unser Planet zweimal überschwemmt wird. Ja, genauso ist es halt mit dem Mond. Der variiert auch, aber umfasst 50.000 Kilometer jedes Jahr. Und dazu bewegt er sich auch noch langsam weg von der Erde. Was mache ich denn jetzt? Was habe ich neulich von einem Moslem gehört? Der Mond ist im Islam extrem wichtig. Er scheint nachts, wenn es dunkel ist. Und nicht wie die Sonne, die ja nur scheint, wenn es ja sowieso hell ist. Alles klar. Also hier sind Türken am Werk, die Demokratie, Wahlen und Freiheit einfach nur ablehnen. Und Bildung. Die das Bestreben von Atatürk in der Türkei, also der versucht hat, die Türkei in ein modernes Land umzuformen, die das verteufeln. Und da bleibt halt Wissen und die Wissenschaft auf der Strecke. Alles, was sie behaupten ist, es gibt Wolken, also existiert Allah. Mehr ist da nicht. Daher fühlen diese ungebildeten Menschen, die fühlen sich von Atheisten einfach nur bedroht. Die sich über dieses Unwissen lustig machen. Lustig machen dürfen. Was sollen wir denn sonst machen? Ich bezweifle, dass so ein Apologet jemals den Mut aufbringen wird, sich mal mit Atheisten zu unterhalten. Obwohl sie ja auf einem Kanal wie Atheismus.tv sehr schön die Gelegenheit dazu hätten. Dabei habe ich doch gar nichts gegen Muslime. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Mensch an Götter glaubt, um durch den Tag zu kommen. Wenn ein Mensch einen Gott braucht, warum soll ich da was dagegen haben? Nur sollte sich so ein Mensch, der von nichts eine Ahnung hat, vielleicht etwas bedeckt halten, anstatt sich in aller Öffentlichkeit zu blamieren. Es gibt keine andere Kreatur, welche zweifüßig ist. Nur wir Menschen haben das. Nur wir laufen noch zweifüßig.